so 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 ein bisschen laut noch im sound musik ist besser ich hoffe dass man mich einig aus bestehen können genau so perfekt da sind wir wieder der sex ist raus man kann die waldet und ich habe ja schon geschrieben dass ich unterstützung habe hallo das ist das ist der super ausbauen beim green screen kann man da nicht sehen ja hier mini jensen der wird mir helfen dieses doch ein bisschen schwierige spiele komplett durchzuziehen so könnt ihr sehen das ist ganz geil so zweck von der games kommt ja hier bringt es natürlich anders und ist so wie ziel schaut auch ja die letzte noch mal die frage da warum ich eigentlich mein cap und stream trage das ganz einfach ich habe die platze und sobald ich keinen cap trage gibt es green screen fehler naja ist egal lange geschichte habe ich noch ein roten so jetzt fangen wir gleich mal an war auf der gamescom habe das spiel selbst noch nicht gespielt extra nicht ich habe es mir komplett von vornherein komplett überlegt dass ich da nichts darüber erfahren will außer durch den trailern die ganze zeit laufen und ja spielen wir mal rein ein new game story ist gut wollen wir wirklich in zwölf stunden recap video gucken nein ok alles klar weil das wäre ein bisschen blöd so jetzt ruhig checken wir es mal bei uns mal ein bisschen das wäre ein bisschen das wäre es das wäre es das wäre ein bisschen Unter Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay I'm not leaving my six exposed. Give me something lethal Your call, but Singh's undercover in all this So watch your fucking sights What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there But a number of tight and constrained rooms too So it's a crapshoot really Well, I'm not looking to play dice with anyone in there Give me something with distance Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way One last thing, Jensen Singh said that Jinn are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications He's got a better chance of maintaining cover if you disable it I'll keep an eye out for it But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in There is, and we got the intel on this mission at the very last minute So we're scrambling a little If it comes to it, your number one priority is keeping the Jinn out of that atrium Copy that Time to put away your happy thoughts, gentlemen We're approaching the target building You're up first, Jensen Let's do this Task force actual This is knife leader Engage Hust drives and descend to Angels 1-5 Let's do it Let's do it Jensen Yeah, yeah Yeah, yeah Das ist schon ein sehr geiles Spiel Das ist schon ein sehr geiles Spiel Ja, hoffentlich ist es so gut wie der letzte Teil, aber richtig geil Hoffentlich ist es so gut wie der letzte Teil, aber richtig geil Oh, das sieht nicht so gut aus So, alles klar Das gucken Uh Team Leader, this is Jensen, I'm on the roof Solid copy Move into the building The access route you need to block us at the far end of the penthouses Der ist mir ein bisschen zu nervig hier von Maus und keyboard Maus sensitivity ist mir ein bisschen zu krass gerade 40 Nicht wundern, aber wer ein CS-Spieler ist, ist ein bisschen komisch Aber das ist immer noch krass Roger that McCraney will advise once his team is on the ground Miller out Okay Okay Das ist mir ein bisschen aus für den ersten Teil Jetzt hast du da Mal gucken Ach, dafür muss ich Knopf Dafür muss ich extra Knopf drücken, wie geil ist das denn? Okay, das ist aber ein gutes, guter Standard davon 1 2 4 5 5 5 6 7 8 2 1 10 10 3 4 4 5 4 5 2 Die Djinn haben einige jennys auf und rauf. Wir müssen die Keypads haben. Du solltest es, McCready. Sie haben eine paar. Little mouse button. Okay. Lose und Schaafs. Just remember, red means bad. Fuck you. Okay. Das wird uns geil. BAM BITCH! So. Mhm. Da hab ich ein bisschen Bock drauf. Stopp hard to the keypad. Mhm. Power, power, power. Better search the areas of this. Okay. Hier ist ein Generator. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Okay. That's good. Ah. Here we go. Zack. Diggi. You gots im Ernst? Das ist Pech. Das ist Pech. So. Was ist das hier? Smoke, Combat. Ah. Okay. Was heißt mal lernen. So. Also dann jetzt zwei Züge. Da hab ich Bock drauf. Dann haben wir das halt mal. Ach. Okay. Ich werde das noch. Okay. Okay. Direktory ist im Nieste, ich hätte das. Okay. 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 Anomaly detected. Trace-Programm initiated. Alles klar, ich verstehe ich, dass er langsamer sicher besteht ist. Man sieht, dass er schafft. Sehr schön. Hm, das mache ich doch mal. Nichts! Ja, das geht mal! Ich denke, ich war es nicht so schön. So were wir hier haben! Ich werde das rein, wie es so schön ist, dass er nicht so schön ist. Ich habe es ihn wie O-O-O-O-O-O-M-S�agt. Wenn ich so hochstehen, dann hörte ich es ihm, ab oder? So ist es lustig! Ich habe es einen Platz für den Weg, Das war's für heute. Da war doch eben noch ein Spyder, Alter Yes, exit man, ich hab die Nerven, ich hab keine Zeit Ich sehe das Kroos Vielen Dank. Vielen Dank. Solid copy. Not to it. Credit chip. Okay. 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 Let's go. Okay. I'm off. Okay. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. So ist es besser. Ich weiß nicht, wie es das im Inventory endet. Ist doch strange. Ich habe die Befestigung. Ich habe die Befestigung. Sie haben bereits die Befestigung. Ja, weil die Befestigung der Befestigung der Befestigung ist. Sobald es wird von der Befestigung. Sehr gut, aber es ist zu viel Riding. Sie sehen, was du? Oh! 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 So habe ich jetzt Low Health? Das versteht doch eh wieder keiner. So. 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 Jetzt muss ich mal schauen. Wenig Schuss irgendwie, das merkt mich. Komische Waffe. Also irgendwie nervt mich diese Sensitivität. Es nervt mich richtig. Ich kann es nicht herunterstellen. Es bringt irgendwie nichts oder was. So. 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 Scheiße. Das war's für heute. Ich kann schulden! Sie können schulden! einen Wörter darf ich suchen wie nehmen wir irgendwo hier Pocket Secretary, so ich glaube wir müssen die andere Waffe nehmen Glockenzeichen Das war's für alle. Chang's hacked in... ...de Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Sing any second. Kaleel, ...we should be hearing something new. I'll tell the people that I'm going to kill you. And let them wait. Patch is clean. Solid copy. Good. I'll repatch us once a deal kicks off. Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that commas booster disabled? Negative. Didn't find it. Well you better hope Sing's cover stays intact. Otherwise you'll be answering to me. Hä? Wieso? Ich hätte es doch gemacht. Ich will nochmal neu anfangen. Was ist blöd, sonst... Ich hab ja... Ich wollte jetzt eben... ...neben bisschen machen, aber... Ich hab ja... 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 Für Mother Natured, Mister. Ich hab ja... Wenn's that the weapons? Was ist das? Die Orks. Sie sind schwer zu kommen. Die Schäuze sind noch auf der Schraub. Show mir die Kache schnell und we... Was ist das? Was ist das? Das ist das Kache. Der Schöpfer ist tot. Was ist? Was ist das? Was ist das? Das ist nicht der Jinn. Das ist nicht der Jinn. Das ist nicht der Jinn. Aufheben, aufheben, aufheben! Aufheben, aufheben! Aufheben, aufheben! Negativ, negativ! Wir unter einem schweren Feuer hier. Wir können nicht den Schöpfer entfernen, Jensen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er hat es. Er hat es. Das ist schlecht! Wir werden in den Schöpfer entfernen. Jensen, ich kann nicht ihn erreichen. Oh, da! Tscheibe aufgezogen! in den Schöpfer entfernen! Dann ist das hecht! долж Get ahead, опять! Entschuldigung! Komm schon! Thema durch. Nächstes Mal. Mir ist zu krass. Es kommt zurück und ist fertig im Kopf. Deswegen machen wir das morgen weiter. Morgen kommen wir in die Uhr. Es wird wahrscheinlich eher Master of Orion spielen. Was ist raus? Ich habe es heute bekommen. Ah, ja, ja. Okay. Okay. Das ist natürlich nicht das Press Kit. Aber... Tada! Genau. Schön nochmal. Ganz entspannt. Ich sage vorher auf meiner Facebook-Seite nochmal Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao!